welche drogen hast du genommen wir gucken mal weil weil die kombination mit 14 mauerbrechern und den lakaien die die will mir nicht so ganz in den kopf rein hallo hier ist der gusua wir sind mitten in einer wiederholung vom rivella und der hat reingehauen hat einfach mal in seinem bereich meister 3 ein außer kristall 1 gefunden komplett gerusht und auch inaktiv mega geiler loot und klar er sagte auch er schrieb auch komplett ohne zauber das ist natürlich auch geil wäre auch queen walk mäßig mega geil gewesen man hätte hier zack da hätte richtig ausräumen können ich würde fast sagen der war der hat sich auch schon darauf vorbereitet oder so ein bisschen weil ich sag mal die base ist natürlich nur wirklich richtig schlecht gebaut und ohne der hat sich gesagt okay pokies um alles aber ich sag mal selbst so was hier hier hätte man ja immer locker die 50 prozent gemacht und von daher war das halt einfach nur schlecht ich würde mal sagen selbst mit den truppen ist das noch totaler overkill jetzt kommt noch der king also ich würde mal sagen selbst mit den truppen ist das komplett overkill wir haben golems wir haben noch packers wir haben magier ohne ende und das ist total total overkill die können sich gar nicht mehr sagen oh ja wo wo gehen wir jetzt hin wo gehen wir jetzt sind auch das nächste dev gebäude ist ja auch schon wieder weg die wissen gar nicht wo sie hin sollen hier zack die mauern werden einfach nur zerhäckselt ach was ach was erzähl mir doch so was bitte nicht hat ja noch was in der cb gehabt sehr geil interessiert uns aber nicht ja hier magier turm zack baum down ist er nicht down under sondern down ist er ganz klare nummer einwandfrei und vollkommen richtig natürlich keine spells verbraucht logisch das wäre jetzt auch einfach quatsch gewesen die luckys naja du wolltest nicht dass die zeit dir weg rennt denke ich mal einwandfrei easy ding und geilen loot gezogen was will man mehr jetzt müsste ich mit zwei rage spells gut dabei sein weil wie gesagt es war mir einfach in der letzten folge dann oder war es die letzte oder war es jetzt gerade egal auf jeden fall war es mir einfach zu tricky zu sagen ey komm ich greife hier einfach ohne gift und auch ohne rage spell an da geht eine sache schief und das war's der booster geht nach da der ist down dann gehen wir von hier rein also beziehungsweise von hier weil ich halt dass die luftabwehr halt weg haben möchte so jetzt sobald der Minenwerfer sein zeug gedroppt hat hier kann man schön mit den mauerbrechern kommen zack genau und jetzt bitte rein mit der queen da sorge ich schon für dass die hier nicht außen rum rennen möchte sondern dass die gleich rein geht so jetzt sollte die auch gleich die luftabwehr killen und dann hoffentlich rein gehen aber ich denke fast die geht auf aber ich hätte noch gedacht dass die auf die kanone geht einwandfrei super ding passt hier auf jeden fall oh jetzt zwei oh pecker wieder pecker und kleinen moment gar nicht riskieren gar nicht riskieren einfach nur eskalieren und fertig ganz einfach gemacht wirklich gar nichts also nicht den helden spielen weil das wird nix alter verwalter die kriegt richtig auf den sack die kriegt grad richtig auf die fresse ich muss hier mal gerade ja ok townhall ist down und dann sollte sich das jetzt alles relativieren jetzt geht sie natürlich wieder auf ihr lieblingsgebäude natürlich die klarenburg hohoho down ist sie aber ich will hier noch ein paar prozente machen alleine schon weil ich wirklich noch die heiler habe da wäre ich schön blöd wenn ich sagen würde ey komm lass mal hier einfach aufhören hier schön nochmal also 40 prozent sind hier locker drin auf jeden fall und dann nehmen wir halt einfach wirklich noch ein paar prozente mit ja so wollen wir das haben hier noch schön den minenwerfer down die riesen sollten hier auch noch die luftabwehr auf jeden fall kühlen kriegen wir noch ein kriegen wir noch ein tuster hin wäre mega nice oh yeah ah shit ich hätte ich hätte noch ein schade ich hätte noch ein heiler vorher noch droppen müssen aber gut so ist das schade dann wären es einfach mal acht pokale gewesen ärgerlich aber ja so ist das passt auf jeden fall vollkommen okay aber ihr habt es gesehen zwei rage spells haben gerade so gereicht man sitzt sonst da und hat einfach mal richtig verloren und dann natürlich dann geht es natürlich nicht nur um die wurst sondern einfach um die pokies die man da einfach mal richtig in sand geschossen hat und das ist dann einfach super ärgerlich und ich freue mich wirklich dass ich da momentan so gut durchhalte und halt wirklich hier wie wir können gerne mal in den lock reingucken angriff gewonnen 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 hier habe ich einen verloren und das war vorher halt echt nicht so krass also da bin ich echt richtig zufrieden klar sind natürlich jetzt nur relativ kleine beträge von pokies hier also ich mache hier jetzt nicht wirklich viel aber immer relativ schnell hintereinander zack 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 ich meine jetzt im boost natürlich klar aber das gefällt mir auf jeden fall ach genau marvin wollte noch mal einen raushauen alter du machst mir die tour hier richtig kaputt junge ja ich will hier schön abliefern und dann kommt sowas von dir junge ja nee aber richtig richtig geil auf jeden fall also ich würde ja mal hier oben rein war hier so oben schön gucken wir mal was hat dann an war das dein ernst so die kombination welche drogen hast du genommen wir gucken mal weil weil die kombination mit 14 mauerbrechern und den lakaien die die will mir nicht so ganz in den kopf rein aber ich meine die die zeit gibt dir ja auf jeden fall recht also du scheinst ja ordentlich gefightet zu haben ja klar dann holt die queen natürlich alles runter logisch du holst dir jetzt natürlich die freien prozente klar logisch du gehst definitiv voll auf die aber was machst du mit den mauerbrechern also ich kann mir halt nur vorstellen dass du dann radikal halt sagst gut okay kommen die werden gesetzt dass die helden halt langsam rein kommen aber 14 mauerbrecher ich meine leid sind die auch die hätte man noch anders verwenden können die truppen aber okay wir haben jetzt schon bald 600 ja jetzt 600 knapp genau 600.000 und wir sind schon bei 32 prozent das darf man nicht vergessen alter ich hätte so wams nennt man das wamsdremmeln ne das wird andere muffensausen ähm alter ich meine du willst denke ich mal okay du machst so ein king queen walk das ist klar da tält der king nicht lange durch das ist logisch ja der ist down klar so und jetzt alter in deiner haut will ich nicht stecken junge kleinen moment da müssen wir jetzt kurz gucken dün 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 was würde der gusuar machen also ich würde mich auf jeden fall vom inferno fernhalten ich bin einfach mal richtig ich bin mal richtig gespannt wie du aus der nummer rauskommst du hast noch vier luckys ich glaube ich glaube ich würde hier hingehen weil ich die genau weil du hier die prozente machst und ich meine klar tesla reist ordentlich was genau das war noch deine chance ja genau genau also ich glaube die mauerbrecher haben dir 0,000 gebracht aber war halt richtig also alter dir muss doch so der arsch auf grunde ist gegangen sein komm also mal ganz ehrlich also ich liebe das ja auch wenn das ein bisschen knapp ist aber das war schon richtig richtig krass knapp ja das soll es auch gewesen sein also mit diesem richtig krassen angriff möchte ich euch erstmal in den verdienten feierabend lassen ich hoffe es hat euch gefallen also wie gesagt das war schon richtig das war schon hashtag leicht sind würde ich sagen ich wünsche euch was ihr haut rein ciao 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 ciao